Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Spongebob Schlammkopf und die Kreatur aus der Krossenkrabbe. Es geht weiter, aber ich bin ja so schlau und stell mir vor, oh Gott, mein Hund ist gerade draußen voll am Bellen. Aber ich bin ja so schlau und stell mir vor, ein Countdown ein, nech? Also, stelle den Countdown auf eine Stunde. Oh, warte, warte. Stelle den Timer auf eine Stunde. Der Timer wurde auf eine Stunde gestellt. Sehr schön. Oh, das Hintergrund... Dieses Menü habe ich noch nie gesehen. Auf alle Fälle läuft jetzt... Na, habe ich jetzt alles eingestellt. Gut. So, äh, wo gehen wir hin? Story Mode, ne? Jo. Spiel fortsetzen! LOL. Neue Story. Nein! Das war mein merkwürdiger Traum. LOL. Ja, ja, zurück zu meinem genialen Moos heißen... Oh mein Gott, Plankton! Ich werde ihn mit meinem Vergrößerungsstrahl beschießen und Tee in Fristo! Nichts kann mich noch aufhalten. Jetzt, wo ich das geheime Rezept des Krams-Burgers habe. Cameron, wann hört der auf zu wachsen? Hochrechnung. Kritische Wachstumsstabilität wird eintreten bei einer Masse von 1,26-Di-Kilo-Burgern. Aber... Das ist falsch! Zu groß! Warum? Wie? Aber... Aber... Nääääh! Da kann man nur eins machen, Größe mit Größe bekämpfen! Karen, mach mich hundertmal größer! LOL. LOL Cool Oh nein Ui Das heißt der Nunchuck kommt ab und es geht ans Gaming äh ans Controller Gaming sag ich mal Benutze das Steuerkreuz um Plankton zu bewegen und zwei um ihn springen zu lassen Okay ich hab's verstanden Ah geil sein Dispekulator Ich habe ihn erfunden dann darf ich ihn auch benennen und ich nenne ihn den Dispekulator LOL Oh Gott Oh Gott Hua Als wenn die Welt plötzlich seltsam zweidimensional geworden ist Hä wäre achso Halte die Wii Fernbedienung längs mit dem Steuerkreuz bewegst du Plankton auf dem Bildschirm nach links und rechts Mit zwei kannst du Sprünge und Doppelsprünge ausführen Sauber Ah Und so schießt man Oh ja total schön Fällt doch überhaupt nicht Das nenne ich mal wirklich Jump and Run Ähm Ähm Weil wir werden ja echt verfolgt Okay auf die Mission kann man springen Das ist also Bikini Bottom So So Ähm Ja Warum nicht ne Schön wieder auf die Leute hier drauf springen Kann ich nicht da oben drauf Fuck Ne lieber nicht Ups Das wäre jetzt echt fail Komm Ach scheiße Und jetzt geht's nachträglich Kann ich drauf Nö Egal schnell weiter rennen Bevor uns das riesen Ding da bekommt Ich mein das macht einem ja total Angst Ding Dimm 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 Das ist volle Ohrwurm Äh Ja okay Ich kann mit dem Eisstrahler auch Sachen kaputt machen Ach ich kann den doch auch selber einfrennen Ha Au So kann ich mir einen riesen Vorsprung leisten Lol 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 Also ich mein das ist schon eine witzige Idee Das find ich richtig cool im Spiel Oh mein Gott das hab ich fast nicht gesehen Aber jetzt erstmal frie ich den wieder ein Na hätte ich getroffen Was? Äh Diese Balance hat ein wertvolle Zzzz Bewege die Fernbedienung so schnell wie möglich hoch und runter Um sie alle aufzupumpen Bis sie platzen Sammle dann alle runtergefallenen Zzzz ein Also eins und dann Wow Hier Heißt du für mich leg dich nicht mit Sohan an? Doink doink Ey das jetzt fehlt er ist nicht gesprungen Nochmal Ja ich weiß Ja Ah Mist warte Knopf Los 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 Also ich schieße ja Also um das zu erklären Oh Mann Damit er einen nicht Ja ist gut Damit er einen nicht kriegt Schieße ich immer nach hinten Um Um ihn aufzuhalten Damit er uns nicht so schnell einholt Weil dann springt er auf uns drauf Und dann sind wir einfach tot Und das wollen wir nicht Denn das hindert den Spielfluss Genauso wenn ich hier die ganze Zeit verkacken würde Das ist nämlich auch uncool Ihhh das sieht ja eklig aus Hier hat einer hingekotzt Auf alle Fälle ist die Musik geil So zweimal schießen Okay verstehe Verstehe Ja ich verstehe das Hab ich eigentlich wieder zu Fuck fuck Na man Diesmal schaffe ich das Hä ich hab den noch Hä ich hab den noch Boah Ungeil Aber sowas von ungeil Los komm 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 Ach man Wie kann ich bei so einem leichten Spiel versagen So Kann ich vielleicht so So wenn ich jetzt ein bisschen Vorschwung habe Was Los komm 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 Ja Geht doch Bang Mann Okay Fuck 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 los komm Ja Los Mach schneller Das ist Mann das Da steht man voll unter Stress Oh Mann Ja du Befehle ihm ruhig noch mehr Nein das wollte ich gar nicht Mann Hoffentlich war dein Checkpoint Ja okay gut Du erstmal ban Oh wie schön ruhig es dann ist So aber jetzt schaffe ich das Was Los Ist egal ich Scheiß mal auf die extra Münzen Leg dich nicht mit Zohan an Blau Blauplan Gummibärchen Hätte ich das jetzt nicht bekommen können Hätte ich das jetzt nicht bekommen können Okay Bewege dich mit dem Steuerkreuz nach links rechts und spring mit zwei Um die Sachen in der Luft zu fangen und mehr Punkte zu kassieren Wenn Wenn der große Krabbenbürger guckt Musst du stillstehen Gibt es ja nicht auch so ein Kinderspiel Wenn ich sehr vorsichtig bin kann ich meine wichtigen Ausrüstungsteile holen ohne dass er mich sieht Aufpassen Hört dich Okay Gehört es mir Ja okay Mist Ein Achso okay ich habe schon mehr Punkte erreicht als ich überhaupt sammeln muss Das fährt doch überhaupt nicht auf ne Ähm Ja Das ist ein Hotel Ganz langsam ganz langsam Boah ich habe ich habe mehr als doppelt so viele Punkte als überhaupt nötig sind Gute Arbeit Plankton Wow Cool Jo weiter Bikini Bottom wartet schon Spielt gleich ein Naturellement Ha Das war ja jetzt leicht Ich hoffe das war alles Oder geht es noch weiter mit dem Ah okay Ruhige Stadt Bekannt für ihre guten Restaurants Ihre angenehme Atmosphäre Und für diese Die müde links Ich weiß nicht was das ist Ignorieren wir es einfach Äh okay Oh es geht weiter Wird dieser Burger jemals aufhören mich zu jagen Ich habe jetzt irgendwie verstanden wirft den Käse ganz am Anfang Bam Der Burger ist eingefroren Zumindest für die Ach ja Man kann sich dabei auch mal so die Landschaft anschauen Wie die Spieler sich Bikini Bottom Äh wie die Programmierer sich so Bikini Bottom vorgestellt haben Die muss sich jetzt hier und her bewegen Los komm 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 Los los Oh nein Oh nein In der Tat Ah Was sind das eigentlich für Baupläne Und Baupläne wofür und Was überhaupt Mann Das ist anstrengend Man kann irgendwie nicht so richtig reden Und ich weiß auch nicht was ich reden könnte In so einer Situation außer Hilfe 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 Ein riesengroßer Kramberger verfolgt mich Einfach durchrennen Komm das geht immer gut Lol Hat geklappt Los komm Ich kann ihn hier nicht mehr treffen Einfach schnell schnell wegrennen Äh Äh Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Lol Ja einfach alles aktivieren ist immer gut Ähm Ich denke mal das sind so eine Art Fallen oder Hindernisse für Den riesigen lebenden Kramberger hinter uns Der immer größer wird Das ist witzig wenn man bedenkt Oh nein Komm Ach ein Glück Yay Den dritten Bauplan Yay Okay also die Gummibächen kriegt man nur wenn man alle drei Baupläne hat oder wie Ah komm jetzt wieder das Level Jo Ich brauche mindestens 18 Wenn ich hier vorsichtig bin kann ich meine wichtigen Ausrüstungsteile holen Ohne das Ermixen Ja das ist aber leicht zu schaffen Das war knapp So schon mal 10 Und die Vase darf ich nicht oder wie Okay Zu knapp für mich Und hab die Punkte zusammen Jetzt könnte ich eigentlich aufhören Alles was ich jetzt noch einsammle sind extra Punkte Die dann wieder in diese komische Zzzzzz eingetauscht werden Und den Vasen muss ich ausweichen Anscheinend Los komm 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 Oh Bilder bringen die extra Punkte Ja Ich bin gut Oh ja Okay Jo Weiter Begini Bottom wartet schon Komm jetzt wieder die coole Kartenanimation mit der Kartenanimation und dann und dann